So Dalle, da sind wir mal wieder. Der Grulli und der Poppy und der Quarstanda ist auch noch da. Aber unser guter Tom ist nicht mehr da. Wir wollen ja noch ein bisschen Strom machen. So ein leichtes bisschen. Und Onkelchen ist ja auch noch da. Stimmt. Hm. Grüßt es hin. So. So. Äh. Äh, haben wir nicht. Okay, ich kann dir nicht, äh, Arbeitsmodus stellen. Musst du auf Z erst gehen. Du kannst auf Z drücken. Und du guckst, dass du oben ausgewählt hast. Jetzt hat er das gemacht. Dann hat einer wieder das Z nicht benutzt. Na gut, kann passieren. Ich bin eigentlich fürs Z wieder rausgenommen. Du musst den, wenn du den angehängt hast, trotzdem noch mal auf Z drücken. Na gut, ist auch egal. Alles gut. Kriegen wir hin. Funktioniert doch. Wir können ja nicht alles wissen. Sie sind keine Lexikolokar. Genau. Die ganze Zeit mit der Pressehalter unterwegs. Ja. Ja. So was soll's. Kann ich immer sagen, ich hab den Pressemarathon gehabt. Genau. Muss auch sehen. Ich schätze mal, das ist heute wieder aus. Ja, aber sowas von. Wie ne Pressewurst, ey. Aber volles Ballballet. Ich glaub mal, wir haben auch bald wieder zu tun, wie auf dem Feld. Auch fast fertig. Wenn wir's fertig haben, würde ich mich dann ausklicken. Kannst du ja auch machen. Ja. Lässt du mich mit denen zwei hin alleine? Ach, Krolli, du bist doch schon groß. Du aber, du, da hat Angst vor uns beiden. Nee. Ihr macht ja nichts. Ach so. Ups. Sauber eingehängt. Okay. Was denn das geschafft? Sauber. In den, äh, in das Schild von der Eisenbahn. Genau zwischen Hänger und... Naja. Wann nun los? Okay, auf die Taste. Okay, auf die Taste. Uh. Das ist toll. Du musst auch schon die richtige Taste drücken. Er hat auf automatisch Ausladen gestellt. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Die richtige Taste zu treffen. Das wäre zu einfach. Na, das glaub ich auch manchmal. Ihr zwei Schauspieler. Ja, die haben's doch gelernt, ne, Papi? Ja. Mit den Tasten. Ja, aber selbstverständlich. Wir haben extra einen Lehrgang gekriegt. Im Drückeberger Lehrgang. Wir haben doch gar keinen Drückeberger Lehrgang gemacht. Ich auch nicht. Dafür brauche ich keinen Lehrgang. Du hast doch gesehen, dass er hier erst runtergekommen ist. Mit den komischen Dingern da. Die er hinten dran hat. jetzt wird auf einmal arbeiten ich arbeite schon ist das eine wiese die du walt oder was ist das das wiese deswegen wiesenwalzen ich schätze mal wir werden die schlechte noch halb voll kriegen die beiden da geht viel rein so schön so gut so ich bringe euch den jetzt auf eure seite den lernen den baum und glaube ich nicht mehr nicht mehr glaube ich nicht und dann stelle ich ihn hier ab jetzt ist es eben noch brüssel kram hier ja hier seid ihr schon sehr schnell vorangekommen wie ich sehe also ich habe 40 prozent und wie hast du gerade 20 ja jetzt gehen wir locker rein locker flockig jetzt locker so bringe ich den tank anhänger schon mal zurück oder ja kannst du machen wenn es schafft stellen ruhig dahin wo er an die tanke da rein soll ich ihn an der tanke voll machen da ist kein diesel drin einfach nur dahin stellen dass er da steht ja gut er ist ja noch 93 prozent voll deswegen ja ja die drescher haben ja keinen großen tank haben wir letztens aber in den ersten ersten folgen festgestellt hmm so 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 fahrzeug ist sauber grudi ich stelle meine fahrzeuge sauber weil er sonst immer grudi am liebsten benutzt die waschanlage das macht man ja auch so stellt ihr alles schön sauber wieder hin ja das ist auch richtig so das war jetzt nicht negativ gemeint hier habe ich bei 5 ganz schöne fps einbrüche aber das ist doch keine brüche so 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 Achtung gleich sauberts wieder das ist das für ein wort der anhänger ist gelb das wusste ich ja gar nicht der anhänger ist gelb und ein bisschen rot bei jo sehe ich gerade naja die letzte bahnen sind hier dann sind wir auch hier fertig ich kann mal den dünger runter holen den streuer runter holen und ein bisschen streuern würde ich mal so behaupten streuern ist wie sauber hm den streuer musst du kaufen da habe ich noch keinen gekauft du sagst du ich soll fährt 5 äh walzen da wollte ich eigentlich gerade einen auftrag annehmen lügen und mir flug kaufen aber dann dachten wir ach nee das ist sinnvoller unsere eigenen fälle erst mal da hatte ich zu kriegen jetzt kommt der wieder auch noch entgegen absprache er hat keinen mund der hätte ja was gesagt ein mund nicht ein was machst du hier oben also rückwärts vorn sieht aber anders aus ne das ist ja rückwärts vorn ist ja rückwärts pressen du wirst es nicht glauben das ist sogar eine presse mit presse rückwärts pressen mit der presse naja rückwärts pressen pressen war jetzt keine tanzleistung ja und hier sind wir genau das habe ich gerade gesehen bei profi schon muss anders machen wer denn wieder den mäher hier so abgestellt komm so dreckig 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 mähwerk noch dran mit ist alle ja auch nicht so ganz voll und nicht so ganz voll ist von tom schon konnte viel drin naja ja prozent noch lauter das ist ja das ist ja wie frisch gedankt das wäre ja auch was gewesen wenn tommen das auch kein 5 der gekriegt hätte und das wissen und um 3 rum aber ich wollte ja nicht auf ihn raken genau warum lässt sich das mähwerk nicht abschalten wieso abschalten ähm hast du auch angewählt er zeigt es mir nur interessanterweise an als ausgabe aber ich kann es auch ja war der mäher geliehen oder gekauft er hat gekauft ok dann tanken wir ihn mal voll Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, das war das. Ist der auf dem anderen Hof gekauft? Kann der hier nicht tanken? Äh, da ist nichts drinne. Nee, da ist nichts drüber. Naja, Dodi, diese Produktion läuft erst seit Folge 3. Ja, die hätte auch seit Folge 1 laufen können. Hätte ich nicht einen Fehler gemacht. Hätten wir diesen Fail nicht gehabt. Deswegen hieß die Folge 2 ja bei mir, äh, schrägstrich Fail. Zaubern. Aber selbst dann hätten wir vielleicht jetzt 500 Liter. Ja, und nicht. So will ich schon. Hätte jetzt auch noch nicht viel mehr gebracht. Hätte für den Mäher zum Tanken gelangt. Ja, der kann jetzt zu Dieselproduktion hochfahren können und da tanken können. Dann verweichere ich ja mehr Sprit als. So, jetzt müssten wir erst mal gucken, wie was jetzt ist. Ich brauch's böse hinstellen, das kann man ja wieder verkaufen. Ich hab das gemiedet, glaube ich, ne? Ich kann's jetzt nicht genau sagen, deswegen... Alles leer machen und dann zurückgeben. Ich geb mal alle beide zurück, würde ich sagen. Okay. Hier ist soweit aufgeräumt. Zurückgeben. Der Ladewagen ist auch neu gemietet. Brauchen wir die jetzt noch? Eigentlich nicht. Wir haben keine... Wir sagen gerade, was mit Stroh oder etc. zu tun hat. Gut, da hatte ich alle beide das Gemütete und da hinten steht das Geldgekaufte. Hinten im Weg. Aber das ist doch nichts Neues. Aber ich bin immer so frei und... Äh, ne? Du bist so frei, sagst du ja. Okay, dann... sagen wir mal... bis morgen. Tschüss, Maasen. Tschüss. 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 Na ja, ich werde auch in der nächsten Folge mit... ...beschäftigt sein hier. Weltwerdlich nicht schaffen. Er musste ja auch nicht. Flavio mit nicht. Flavio mit nicht. Flavio auch nicht. Ach, die ist ja blau. Die ist blau. Wahnsinn. Ich habe auch gerade entdeckt, was deine Presse für eine Farbe hat oder wie. Ja, 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 ja. Sagenhaft, du. Sagenhaft. Benutzer hat deinen Channel verlassen. So, gut. Gut, sagst du. Muss ich doch mal das Dreirad ausprobieren. Der Dreirad sagt doch. Wisst ihr, was richtig lustig aussieht? Das Dreirad mit den Düngetanks obendrauf. Die Flüssigdüngertank. Ja, der hat einen wahnsinnig kleinen Wendekreis, ne? Also, ähm, wenn wir bald einen neuen Boden hier hinmachen müssen, wissen wir warum. So, guck mal. So ein kleiner Wendekreis. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ich bin nicht blind. Sollte ich nur mal hängen machen. Sollte ich nur noch einen Wendekreis, ne? Guck hier. So, hier. Streuer der Dünge. Äh, den UUMV8? Ja. Äh. War ich im Kauf, war ja aber. Ja, klar. Den brauchen wir ja öfters. Ja. Wirst du mal mit den, mit deinem Zettel hoch und holst du mal runter. Oder kannst du doch mit dem Dreirad hochfahren, ist mir auch egal. Guck mal, ich mache hier Kreise. Ja, ich weiß. Äh. Spiel, ich spiele, ich spiele ihn wieder, ne? Ne, ne Kreise sind das. Gott, ich helf. Kannst ja gerne was Sinnvolles jetzt tun. Da hab ich aber gar ne Kreise gemacht. Naja, und jetzt kannst du wieder was Sinnvolles tun. Könnte ich noch welche machen. Ne, das ist ja nicht sinnvoll. Könnte. Ja. Überhaupt nicht sinnvoll. So. In Mekko. Ein Wort mit O. Ich werde mal schon mal Dünger mitnehmen. Weil ich gerade hier oben bin. Wow. Ich glaube, wir müssten ein paar Güter verkaufen. Ich merke das auch gerade. Ui, 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 ui. Noch nicht mal der nächste da. Schön pleite. Eive Leistung. Oh. Naja, wir haben ja noch. Ein paar Felder. Haben wir ja noch zum Ernten zum Glück. Hm. Die sind noch ein bisschen positiv gestimmt. Genau. So, Peeper-Konto ist erstellt. Upi. Im Forum ist schon drin. Wir haben ja noch gar eine Sparte gegessen. Oh, was willst du für Fleisch? Ne. Das glaube ich nicht. Eher auch vom Stuhl. Eher auch vom Stuhl, sagt er. Aber ohne nicht so einfach. Der ist mit Lehne. Musst du dich schon anstrengen, dass du da runterfällst. Oh, ich habe wieder einen Lachs. Habt ihr irgendwelche gehabt, Rolle? Ja. Das war wahrscheinlich Speicher-Lack. Genau. Weil die waren gerade eben ein bisschen zuck, 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 zuck. Ich sage es mal. Ja. Ich sage es mal. Ja, du quälst dich aber ganz schön gewaltig, du, mit den Zeuernigern. Ah ja, da sind ja auch 28.000 Liter. Naja, läuft gleich mal so, muss ich sagen, ne? Ah, siehst du, da kannst du ja noch die von Grunny gemieteten Anhänger wegbringen. Hab ich schon. Ach, hast du schon. Also gemietet ist nichts mehr. Gut. Die haben wir schon welche geben. Ich meine, theoretisch könnte man ja noch ein paar Ladungen hoch in die BGA bringen, ne? Hm. Ich hätte mir gerade jetzt so eins... Ja. Soll ich den Deich voll Dünger machen oder voll Kalk oder ein Streuer? Wir haben den Dünger, oder? Ich habe jetzt Dünger mit runtergenommen. Aber... Von der Sache her wäre es hier jetzt, äh... Der Bermäki gilt mir auch 28.000. Du musst nix mal mit einkaufen. Ja. Nur noch mit Schuldscheid. Genau. Das war immer noch. Ja. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020